So Leute, da sind wir beim nächsten Commander-Deck und zwar Food and Fellowship. Das nächste Opening auch wieder gesponsert vom guten Fabian. Vielen Dank dafür, dass ich es öffnen kann und gucken wir uns mal an, was drin ist. Bis zum nächsten Mal. Aber wenn ihr mich bei Pat unterstützt oder Kanalmitglied seid, abnehmwissen Tier, und zwar dem Thalia-Tier, bekommt ihr von mir hin und wieder mal was zugeschickt. Und ihr werdet aktuell noch namentlich erwähnt, das wird sich wahrscheinlich ändern. Und ja, wenn das was für euch ist, überlegt es euch, wenn nicht, dann nicht. So oder so geht mein Dank raus an Christoph K., Dr. Alzheimer, Fabian, anderer Fabian als der, der hier die Produkte zur Verfügung gestellt, generell Götterspeise, Patrick von MTG mit Patrick, Phil Phil, Psyron, King Kasma und Tanzwurst. Vielen, vielen Dank an euch, vielen Dank an alle Patrons, die so ein bisschen eingeblendet auch seht, die abnehmwissen Tier mich unterstützen und selbst wenn ihr mich nur mit Likes unterstützt, nur abonniert, wenn das das, was ihr euch vorstellt, wenn ihr das machen würdet, wäre das sehr, sehr cool. Wir gucken uns jetzt mal das Deck an. Bei den Commander-Decks habe ich wie immer das Problem, öffnen ist schwierig. Irgendwie habe ich dafür noch nicht die perfekte Möglichkeit, es zu öffnen, ohne es zu zerstören. Deshalb, keine Ahnung, was wir da machen sollen. Vielleicht kann mir das irgendjemand mal zeigen. Hier ist noch so ein Tales of the Middle-Earth-Sticker-Ding drin. Und hier ist das Deck, hier sind alles, alles, hier fällt alles auseinander. So, die Deckbox. Die gute, gute Deckbox, explizit für das Commander-Deck, das sicher um die kleinen Hobbitze dreht. Die Meinung zu den Commander-Decks habe ich euch immer wieder mit dabei erzählt. Ich muss aber sagen, wir haben in unserem Podcast Radio Raffnika drüber geredet und so ein bisschen divergiert meine Meinung mittlerweile. Nachdem ich sie so ein bisschen mir angeguckt habe und gesehen habe, was da drin so abgeht, starten wir mit dem Kollektor-Sammler-Booster-Sample-Pack. Tatsächlich variiert es ein bisschen. Ich muss sagen, die Decks sind um einiges besser, als ich gedacht hätte. Und ja, sie erhalten am Küchentisch ganz gut mit und haben sehr viele coole Karten drin. So, dann haben wir als allererstes ein Palantir auf Ort Hanak. Drei-Mana-End-Steps legen wir dann Marke drauf. Influence-Counter. Influence-Counter. Und Scrying um zwei. Und wenn der Gegner dann sagt, was wir ziehen würden. Nee, may have you draw a card. Also der Gegner darf ziehen. Wenn der Gegner das macht, wenn er das nicht macht, millen wir x Karten, wo x die einzelnen Influence-Countern ist. Und der Spieler findet so viele Lebenspunkte. Spannend. Und die Murkwood-Bets, die dem Commander vielleicht demnächst gewandt sind. Denn sie sind auf der Watchlist. Der ist der Commander-Leute. Und ja, das machen die sehr durchsichtig, was ich sehr gut finde. Wir haben einen Token. Halfling, Halfling. Food, Food, Food. Eine Goat. Diese Artworks. Es ist so ein geiles Set für Artworks. Oh mein Gott. Treefolk, Treefolk, Treefolk. Bird. Drei-Drei-Birds. Soldier, Treasure und den Einring. Und einer unserer Commander. Und da muss ich sagen, Wizards, was ist denn hier los? Was ist hier falsch gelaufen? Er partnert mit Sam Loyal Intent. Hätten wir noch eine zweite haben können? Das wäre cool gewesen. Dankeschön. Aber irgendwie war das nicht drin. Deswegen gucken wir uns die richtige Karte an. Das finde ich ein bisschen schade. Also da muss ich sagen, wer hat denn da bei Wizards nicht aufgepasst? Und nicht eine Sekunde drüber nachgedacht. Wenn der Front Commander ein Partner ist, dann müssen doch beide so eine nutzlose, Edged Foil, dicke Pappkarte bekommen. Und nicht nur einer. Ansonsten müsste man einen anderen Front Commander nehmen. Das verstehe ich nicht. Wir haben zwei Commander. Einmal Frodo und Ventress Hobbit. 2x1.3 Partnert mit Sam Loyal Intent. Wie gesagt, er hat Wachsamkeit. Immer wenn er angreift, kriegen wir drei Leben. Nee, wenn er angreift, wenn wir drei Leben bekommen haben, dann temptet uns der Ring. Wenn der Frodo unser Ringbearer ist und der Ring dich mindestens zweimal dieses Game getemptet hat, ziehe mir eine Karte. Das ist sehr stark. Dann haben wir den Attent. 3x2.4. Wie gesagt, der Partner mit dem anderen. Und zu Beginn des Versorgungsegments kriegen wir ein Food. Und aktivierte Fähigkeiten von Foods kosten ein Minder weniger. Das heißt, 1x hat man drei Leben bekommen. Starke Karten. Gehe ich mal in die Ansicht. Dann seht ihr mehr. Sehr cool. Hätte ich gerne beide als Dinger. Stehe ich nicht. Also verstehe ich hinten und vorne nicht. Warum das nicht der Fall ist. So. Wie immer bei diesen Karten gehen wir so ein bisschen durch. Ich werde nicht auf jede Karte einzeln eingehen können. Früher bin ich noch auf jede Rare eingegangen. Jede Rare ist immer noch viel zu viel. Ich gehe auf die Karten ein, die ich sehe. Ich gehe auf Karten ein, die ich cool finde. Wie zum Beispiel Filt Tested Frying Pad. So eine Pfanne, mit der man ihn ausrüsten kann. Ein Halfling. Und die mehr Halfling macht. Und mehr Deutsch macht. Das ist großartig. The Gaffer. Der Gaffer. Ja. Ziehe mir eine Karte. Es ist halt so ein bisschen Food. Life Gain. Column Obsessed Stalker mit Skulk. Auch sehr cool. Lobelia. Die Final of the Backend. Auch sehr, sehr cool. Es gibt hierbei wieder sehr, sehr coole Karten. Sie haben wieder sehr, sehr viel angepasst an die Herr der Ringe Lore. Zumindest an die von den Büchern, wie ihre Interpretation davon ist. Ich möchte jetzt nicht in irgendwelche Diskussionen gehen, warum Pippin, Ward of Isengard grün-schwarz ist und Merrin grün-weiß. Die beiden Partnern übrigens auch und können auch als Commander für dieses Deck benutzt werden. Das ist sozusagen der Second Command. Dann haben wir die Rope, die sehr cool ist. Call of Unity. Dawn of Hope. Sehr coole Karte. Dusk and Dawn. Hat man mal früher Modern gespielt. Feel the Mighty Fumigate. Das war mal ein Standard. Mentor of the Meek. Sehr, sehr cooles Artwork hier. Wirklich cool mit dem 2-2er. Sanguine Bond. What? Ist das die teure Karte? Das ist doch die teure Karte. Toxic Delage. Eine richtig teure Karte und ein richtig geiles Artwork. Oh mein Gott, das ist wirklich cool. Birds of Paradise. Wunderschön. Hätte ich mir auch noch besorgen. Gilded Goose. Das geilste Artwork im ganzen Herr der Ringe Set. Woodfull Primus. Anguished Unmaking. Chromatic Lantern. Auch hier unendlich viele Staples drin. Es sind wirklich so viele Staples drin, dass ich halt sage, wenn ihr noch nichts davon habt, könnt ihr euch das hier wirklich cool gönnen. Auch wenn es meiner Meinung nach das schlechteste der Commander Decks ist, könnt ihr, wenn ihr in grün, weiß, schwarz was spielen wollt, ihr habt eine gute Mana Basis hier drin. Da sind Getapptländer, da sind die Snarländer drin, da ist die Buddylands drin und, und, und. Wirklich, wirklich stark. Und dementsprechend, wenn ihr da noch gar nichts habt, gönnt euch das. Die Bat, wie gesagt, kann sein, dass die demnächst gebannt ist. Path to Exile. Eine sehr, sehr cooles Artwork, wie ich finde. Swords to Blowshares auch. Also es sind zwei zum Beispiel Absolute Legacy Staple und auch Commander Staple, die hier drin sind, die man Go for the Throat, Knights Whisper, das sind einfach cool GV, das sind so viele coole Karten hier drin, dass ich wirklich sagen muss, selbst wenn ihr das Herderinge-Ding nicht mögt, was gut sein kann, lohnt es sich alleine für die Artworks so ein bisschen das zu holen, weil die Artworks haben mit vielem der anderen Sachen nicht so ein Ghost Quarter und die Karten selber, selbst wenn ihr die Artworks nicht haben wollt, mit Rogue's Passage oder Sunburn, selbst wenn die Artworks nicht haben wollt, die Karten darin sind so gut und so stark, dass ich sagen würde, guten Gewissens, die lohnen sich, wenn ihr sie zu anständigen Preisen bekommt. Die sind halt leider sehr, sehr teuer geworden, wie alles in diesem Set sehr, sehr teuer geworden ist und wenn ihr günstig drankommt, dann gönnt euch das, wenn ihr grün-schwarz spielen wollt und ja, das ist mein Fazit von diesem Commander-Deck, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr gerne den Channel abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr Daumen nach oben da lassen, ich hoffe, ihr habt Spaß, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, auf Wiedersehen, ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020